Hallo Freunde des gepflegten Hörbuchs, heute die Rezension zu Teufelsgold, ein Buch von Andreas Eschbach, gelesen von Matthias Köberlin. Der Klappentext Auf der Jagd nach dem Stein der Weisen Wer sind die Alchemisten unserer heutigen Zeit? Nach dem Ende der Kreuzzüge taucht er das erste Mal auf, der Stein der Weisen, mit dem man Gold machen kann, gefährliches Gold. Radioaktives Gold nämlich. Der Stein erscheint als ein Alchemist Gott verflucht und er zieht seine Spur der Verwüstung durch Europa. Die Deutschordensritter erklären es zu ihrer geheimen neuen Aufgabe, ihn zu finden und zu verwahren. Für alle Ewigkeit. Doch in unserer Zeit kommen zwei Brüder, die unterschiedlicher kaum sein könnten, dem wahren Geheimnis des Steins auf die Spur. Er ist der Schlüssel, ein Schlüssel, der unser aller Leben zum Guten hin verändern könnte. Oder öffnet er die Pforten der Hölle. Teufelsgold ist ein spannender Thriller von Bestsellerautor Andreas Eschbach. Meine persönliche Rezension. Wie wäre, was wäre, wenn all die Legenden der Alchemie wahr wären? Wenn es den Stein der Weisen gäbe und man wirklich aus Quecksilber Gold machen könnte. Verlockend, oder? Diese Faszination packt auch den eher mittelmäßigen Anlagenberater Hendrik Buske. Eigentlich beginnt seine Beschäftigung mit der Alchemie als Marketingkop. Er hat schon viele Bücher über Rhetorik und Motivation gelesen und packt dies in sein erstes Seminar für Börsenanleger. Dass er als Anlagenangestellte einer Investmentbank hält. Doch was die Teilnehmer erst so richtig fesselt, sind die Gedanken aus dem Bereich der Alchemie, die er abends im Gespräch einfliegt. Auslöser dazu war nicht zuletzt die Geschichte der goldenen Rüstung, die er zufällig im Antikoriat gefunden hatte. Es ging nicht darum, Gold zu machen, sondern sich selber zu veredeln. Man müsse innerlich zu Gold werden. Klingt auch gleich viel aufregender als banal zu sagen, man müsse an alles glauben. Oder an das glauben, was man erreichen will. Und wenn man das Selbstvertrauen hat, dann klappt es auch. Die Alchemie des Reichtums. Warum ist eigentlich noch kein Berater darauf gekommen? Aber so gut, aber gut so. Sonst hätte ich nicht diesen tollen Roman vor mir gehabt. Die Idee und einiges bei Blendwerk setzen so einiges in Gang. Hendrik Buske kommt plötzlich mit Dingen in Berührung, deren Existenz er vorher stark angezweifelt hat. Die Geschichte hat mich dazu verleitet, doch nochmal ein wenig über die Alchemisten des Mittelalters sowie den Deutschritterorden nachzulesen. Ja, auch diese spielen eine nicht geringe Rolle, obwohl wir uns primär in der Gegenwart befinden. Zeitebenen sind ein tolles Stichwort. Da mein CD-Radio im Auto nicht so wollte, wie es sollte, ich aber das Buch hören wollte, dachte ich, es wäre eine gute Idee für eine längere Fahrt, schnell mal die ersten sechs CDs in meinen MP3-Player zu ziehen. Beim Hören wunderte ich mich dann etwas über die vielen verschiedenen Zeitebenen. Fünf fand ich doch etwas heftig und stellte sich beim nächsten Stopp heraus, dass ich einen Fehler beim Überspielen gemacht hatte. Und nun jeweils der erste Track von jeder CD, dann der zweite und so weiter gespielt wurde. Trotzdem, trotz dieser erschwerenden Ausgangslage spricht es sehr für die gute Struktur des Romans, dass es mir noch möglich war, der Erzählung zu folgen. Allerdings ist der Genuss erheblich größer, wenn man jetzt in der richtigen Reihenfolge läuft, was ich natürlich auch gemacht habe. Die historischen Elemente sind gut recherchiert und der fantastische Teil fügt sich wunderbar hinein. Es ist einfach alles logisch. Das könnte so gewesen sein. Auch die Verbindung der alchemistischen Transmutation zur modernen Kernphysik ist sehr knifflig und auch griffig geschildert. Heute wissen wir, dass Gold und Quecksilber im Periodensystem nebeneinander stehen. Und nur ein Proton macht den Unterschied. Wie kann es sein, dass schon die Alchemisten ausgerechnet diese beiden Elemente näher betrachteten? Zufall oder nicht? Es ist einfach spannend. Andreas Eschbach greift zum Schluss auch nochmal die Weiszeigung der Hellseherin von Beginn auf. Eine runde Geschichte. Eine kleine Begebenheit ließ mich schmunzeln und die Erzählungen von I.T.A. Hoffmann und V.F. Odovjewski denken. Hendricks kleine Tochter berichtet, sie hätte ein großes Insekt in einem Bett liegen sehen. Das weckte neblige Erinnerungen an diese beiden Autoren. Schöne Erzählungen, die ich auch mal wieder aus dem Schrank holen sollte. Ist Alchemie nur Herstellung von Gold oder der Suche nach ewigen Leben? Bei weitem nicht. Die Alchemisten strebten auch nach absoluter Vollkommenheit. Aber was ist das eigentlich? Eine allgemeingültige Antwort darauf kann niemand geben. Dass es für jeden etwas anderes ist. Und auch Hendrik Buske sucht seine persönliche Antwort auf diese Frage. Es ist sehr schwer, mehr über das Teufelsgold zu erfahren, ohne zu viel zu schreiben, ohne zu viel zu verraten. Andreas Eschbach hat einen herrlichen Roman verfasst, der einmal in die mittelalterliche Vergangenheit, dann wieder in die Gegenwart mit seinem besonderen Glanz des Geheimnisvollen versetzt. Es lässt einen träumen und weckt zumindest bei mir Erinnerungen an fast vergessene Bücher, die ich vor vielen Jahren zuletzt in der Hand hatte. Auch der Sprecher ist ein wichtiger Teil des Hörbuchs. Matthias Küberlin versteht es, die Figuren lebendig werden zu lassen. Er liest so vor, wie ich es schon als Kind am liebsten mochte. Mit verstellten Stimmen. Seine Varianten sind herrlich und kreieren Bilder. Ein Sprecher hundert Stimmen. Lasst euch von dieser Kombination von Roman und Stimme in andere Ebenen entrücken. Erschienen ist das Hörbuch bei Lübbe Audio. Es sind insgesamt acht CDs und 553 Minuten. Die CDs kann man für zwölf Euro in jedem stationären Buchhandel bestellen oder wie auch immer. Oder man kann natürlich auch bei eurem stationären Buchhandel, die haben meistens mittlerweile Homepages, wo man auch digitale Sachen runterladen kann. Und da kostet das Ganze 8,99 Euro so um den Dreh rum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.